Hallo zusammen, in diesem Video erkläre ich euch, was die pq-Formel ist und wie ihr die anwenden könnt. Ihr braucht die pq-Formel bei quadratischen Gleichungen oder quadratischen Funktionen, um Lösungen für x rauszubekommen bzw. bei den quadratischen Funktionen, um die Nullstellen zu berechnen. Es ist immer möglich, dass wir zwei, eine oder null Lösungen rausbekommen. Für jeden dieser drei Fälle gibt es gleich ein Beispiel, deswegen dauert das Video auch etwas länger. Wenn man aber das Grundprinzip verstanden hat, kann man eigentlich alle quadratischen Gleichungen damit gut lösen. Wir starten direkt, damit das Video sich nicht zu unnötig in die Länge zieht. Um die pq-Formel verwenden zu können, brauchen wir die sogenannte Normalform. Die Normalform lautet x² plus px plus q gleich 0. Wichtig, das brauchen wir auch gleich, ist, dass hier vor dem x² nichts steht, kein Minus und auch keine Zahl. Und auf einer Seite vom Gleichheitszeichen steht die Null ganz alleine. Die pq-Formel lautet x1, x2, das liegt daran, dass wir zwei Lösungen rausbekommen können, ist gleich Minus p halbe plus Minus die Wurzel aus, in Klammern, p halbe zum Quadrat, Minus q. Sieht jetzt etwas verwirrend aus, wird aber, glaube ich, gleich direkt beim ersten Beispiel klar, wie man damit rechnen kann und was damit gemeint ist. Die erste Aufgabe lautet x² minus 10x plus 9 gleich 0. Und wir sehen hier direkt, wir haben die Normalform. Vorm x² steht nichts und auf der einen Seite steht die 0 ganz alleine. Wir schreiben uns jetzt zuallererst auf, wie groß p und q bei dieser Aufgabe sind. Und dafür gucken wir einmal, p ist immer die Zahl vorm x, q ist die Zahl, die hier ohne Variable steht. Dementsprechend, vorm x steht Minus 10. Ohne Variable haben wir die 9, also können wir aufschreiben, p ist gleich Minus 10, q ist gleich 9. Wichtig ist, dass wir wie hier an die Vorzeichen denken. Wenn wir jetzt wissen, wie groß p und q sind, können wir einfach diese Zahlen in die pq-Formel einsetzen. Und das machen wir jetzt auch. Heißt also x1, x2 ist gleich Minus Minus 10 Halbe plus Minus die Wurzel aus Klammer auf Minus 10 Halbe zum Quadrat minus 9. Das Ganze vereinfachen wir jetzt ein bisschen. Aus Minus Minus 10 Halbe machen wir 5 plus Minus Minus 10 Halbe in Klammern zum Quadrat ergibt 25, also 25 minus 9. Dann können wir das, was unter der Wurzel steht, ausrechnen. Dann haben wir 5 plus Minus 25 minus 9 ist 16. Die Wurzel aus 16 ist 4. Und damit können wir schon die beiden Ergebnisse für x1 und x2 aufschreiben. Denn x1 ist 5 plus 4, also gleich 9. x2 ist 5 minus 4, gleich 1. Unsere beiden Ergebnisse lauten also 9 und 1. Also wenn man sich die Zahlen für p und q aufgeschrieben hat, ist das eigentlich gar nicht schwer. Diesen Schritt hier könnte man sogar weglassen. Den habe ich jetzt einmal mitgeschrieben, damit ihr das Schritt für Schritt seht. Theoretisch könnte man das in der Zahl darüber, also das hier, auch einfach direkt in den Taschenrechner eingeben. Und dann kommt da 4 raus. Das werde ich auch in den nächsten Aufgaben machen, damit wir da schneller durchkommen. Die pq-Formel schnappe ich mir einmal hier und nehme die mit nach unten. Und die brauchen wir jetzt gleich bei der zweiten Aufgabe. 5 x² gleich 70 minus 65 x. Wir sehen schon, vor dem x² steht eine Zahl. Auf der anderen Seite steht nicht die Null alleine. Heißt, wir müssen jetzt gleich diese Gleichung ein bisschen umformen. Zuerst gucken wir, dass alles auf eine Seite kommt. Das heißt, wir rechnen minus 70 plus 65 x. Dann verschwindet das alles auf die linke Seite. Dann haben wir 5 x² plus 65 x minus 70 ist gleich Null. Dann müssen noch die 5 um x² loswerden. Also geteilt durch 5. Und dann haben wir die Gleichung x² plus 13 x minus 14 ist gleich Null. Also haben wir hier relativ schnell die Normalform aufgestellt. Und jetzt können wir uns wieder aufschreiben, wie groß p und q sind. p ist in diesem Fall 13, die Zahl vor dem x. Und dahinter kommt minus 14. Auch hier wieder beim Aufschreiben an das Vorzeichen denken. Und dann können wir schon im nächsten Schritt direkt wieder die pq-Formel mit den passenden Zahlen aufstellen. Die pq-Formel steht ja noch oben rechts. x1 x2 ist gleich minus 13 halbe plus minus die Wurzel aus 13 halbe zum Quadrat minus minus 14, also plus 14. Dann können wir wieder den Teil vor der Wurzel etwas vereinfachen. minus 13 halbe sind minus 6,5 plus minus, wie eben schon gesagt, kann man jetzt die ganze Wurzel einfach in den Taschenrechner eingeben. Dann erhält man 7,5. Also haben wir minus 6,5 plus minus 7,5. x1 minus 6,5 plus 7,5 ergibt 1. x2 minus 6,5 minus 7,5 ergibt minus 14. Also sind das die beiden Ergebnisse für x. Und auch die Aufgabe haben wir dann ganz einfach mit der pq-Formel gelöst. Das waren jetzt zwei Einstiegsbeispiele. Wir hatten hier jeweils zwei Lösungen. Jetzt kommen noch zwei Aufgaben, wo wir nur eine oder sogar gar keine Lösung haben. Dafür nehmen wir trotzdem wieder die pq-Formel mit nach unten. Dritte Aufgabe, x2 plus 6x plus 9 gleich 0. Die Aufgaben, die Gleichung selbst, werden wieder etwas einfacher, da ich euch hier nur zeigen möchte, woran ihr erkennt, ob es eine oder 0 Lösungen sind oder halt wie eben zwei. Wir müssen jetzt nichts umstellen. Das können wir uns hier sparen. Wichtig ist, dass ihr aus dem zweiten Beispiel wisst, wie ihr das Ganze zur Normalform umstellen könnt. Wir schreiben uns ja trotzdem wieder raus, wie groß ist p, wie groß ist q. p, die Zahl vor dem x ist 6, q, die Zahl dahinter ist 9. Das Ganze setzen wir in die pq-Formel ein. x1, x2 ist dann also minus 6,5 plus minus die Wurzel aus 6,5 zum Quadrat minus q, also minus 9. Wir können vor der Wurzel das Ganze wieder vereinfachen. Minus 6,5 ist minus 3 plus minus. Dann geben wir die Wurzel in den Taschenrechner ein. 6,5 sind 3 zum Quadrat ergibt 9. 9 minus 9 ist 0. Das heißt, die Wurzel von 0 ist 0. Und hier steht jetzt minus 3 plus minus 0. Hier haben wir genau eine Lösung, und zwar die minus 3. Das liegt daran, dass wir, egal ob wir jetzt plus oder minus 0 rechnen, es bleibt ja auf jeden Fall bei minus 3 als Ergebnis. Also können wir uns merken, wenn das, was hier unter der Wurzel steht, zusammen 0 ergibt, ziehen wir die Wurzel aus 0. Das bleibt 0. Und dann haben wir nur das, was vor dieser Wurzel steht, als einziges Ergebnis für diese Gleichung. Bedeutet für die quadratische Gleichung, wir haben nur eine Lösung. Für eine quadratische Funktion würde das bedeuten, dass der Scheitelpunkt genau auf der x-Achse liegt, und das ist die einzige Nullstellung. Zum Schluss gucken wir uns dann noch ein Beispiel an, wo wir gar keine Lösung haben, das vierte und letzte Beispiel. Und die Gleichung dafür lautet x² plus 2x plus 10 gleich 0. Wir schreiben uns wieder raus, wie groß ist p, wie groß ist q. p ist 2, q ist gleich 10. Und damit können wir direkt wieder die pq-Formel aufstellen. x1, x2 ist gleich minus 2 halbe plus minus 2 halbe zum Quadrat minus 10. Wir können wieder vereinfachen. Das ist minus 1 plus minus. Dann geben wir das hier in den Taschenrechner ein. Und wenn ihr das mal in den Taschenrechner eingebt, wird bei euch auf dem Taschenrechner wahrscheinlich das Wort Error stehen. Das liegt daran, dass unter der Wurzel 2 halbe, also 1 zum Quadrat steht. Das ist 1. Minus 10 ist minus 9. Und man kann nicht die Wurzel von einer negativen Zahl ziehen. Das funktioniert nicht. Und sobald hier unter dieser Wurzel etwas Negatives steht, haben wir also keine Lösung. Die meisten Taschenrechner zeigen dann Error oder mathematische Error an. Das ist für euch immer ein Zeichen, es gibt keine Lösung. Also nicht denken, ihr habt etwas falsch gemacht, das kann vorkommen und dann gibt es keine Lösung. Für die quadratischen Funktionen bedeutet das also, dass diese Parabel zum Beispiel hier oberhalb der x-Achse liegen könnte und nach oben geöffnet ist oder unterhalb der x-Achse und nach unten geöffnet ist, sodass einfach kein Schnittpunkt mit der x-Achse vorhanden ist. Das war es zum Video zur pq-Formel. Ich hoffe, du hast das verstanden. Wie schon gesagt, wenn du das ein paar Mal angewendet hast, dann ist das eigentlich echt nicht schwer. Was du dir halt merken musst, ist, wie diese pq-Formel aufgebaut ist. Aber wenn man sich das mal genau anguckt, da kommt auch so ungefähr mal dasselbe vor. Zweimal was mit p halbe minus q. Das kann man, denke ich, ganz gut auswendig lernen. Dann ist immer euer erster Schritt zu gucken, ist diese Gleichung in der Normalform, heißt also ist vor dem x² nichts mehr da, ist auf der anderen Seite nur eine 0. Dann kann man sich die Werte für p und q rausschreiben, in die pq-Formel einsetzen und das war es. Ich hoffe, du hast das soweit verstanden und kannst jetzt ohne Probleme quadratische Gleichungen lösen oder bei quadratischen Funktionen die Nullstellen berechnen. Wir sehen uns bestimmt in einem der nächsten Videos wieder. Bis bald!